Schönen guten Tag zusammen, hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Folge von HireLowerGame. Ich bin natürlich die Klassikerin. Ich finde das schön, dass wir Jay in 10 Jahren hier sehen. War das ein Hiss oder war das einfach nur... War einfach ein geiler Witz. Visa gegen Dr. Who. Ich hab halt keine Ahnung, wie groß Dr. Who ist, ehrlich gesagt. Aber wenn Jay sagt, da ist letztens eine neue Staffel raus. Au, zähle ich mal schneller mit dem Joker? Ja, das mag sein, dass du heute schneller bist. Nicht nur heute. Aaaaaaah, im Bett. Wie, Moment, was ist denn? Also Blackfish ist Orca? Ne, hä? Ja, aber ein schwarzer Fisch. Die Fische, die häufiger von der Polizei angreifen werden. Und den Bus hinten sitzen müssen. Also würde ich auch lower sagen, nicht bei euch. Die Zeit ist vorbei. Das wäre auch fast damals mein Auto geworden. Irgendwann meine Freundin immer unbedingt... Genau der? Ja, das ist der Grand Cherokee. Haben die ein Foto hergekriegt davon? Was? Wo haben die denn das Foto davon herbekommen? Den habe ich ja nicht. Also die wollte immer ein SUV haben. Dann habe ich ihr angedroht. Dann holen wir uns dieses Riesenteil einfach mit fast 500 PS. Dann hast du ihn doch nur gemacht, wenn du MP durchsetzen konntest. Your Anus. Aaaaaaah! Haya! Der ist Gordy Hoffe. Sieht so aus, von dem was er an hat. Äh, C... Ist das ein Baseball? Cunt! Cool! Vielleicht ist das einer von den Hells Angels. Ne, darf ich ja jetzt nicht gucken. Dann weiß ich doch... Ja, aber ey komm! Also Xbox One wird ja wohl mehr haben als 40.500. Uuuuh! Gordy Hoffe. Das sagt doch schon alles. Das ist Rechtschreibfehler. Channel wird mit 2L geschrieben. Voll Idiot. Oh, das stimmt nicht. Hip Hop! Aua! Wer ist der denn? Der ist Hip Hop! Das ist Jay-Z. Das ist Tupac. Der ist Dr. Hip Hop. Das ist Tupac.